Wie erstelle ich einen neuen Lernplan? Klicken Sie hier auf diesen Link. Als erstes müssen Sie einen Titel für den Lernplan eingeben. Sollten Sie Themen angelegt haben, können Sie hier das gewünschte Thema auswählen. Fügen Sie hier Ihren Lernplan-Eintrag hinzu. Möchten Sie einen Fälligkeitstermin vergeben, so können Sie dies in diesem Feld mit Datum und Uhrzeit umsetzen. Selbstverständlich können Sie auch hier den üblichen Minikalender nutzen. In diesem Bereich können Sie mit Aktivierung der jeweiligen Checkbox entscheiden, welche der angebotenen Optionen genutzt werden sollen. Diese Option ist für die Teilnehmenden, insbesondere bei Hausaufgaben, sehr nützlich. Sie hilft Ihnen, den jederzeitigen Überblick über bereits erarbeitete Lernpläne zu behalten. Möchten Sie den Teilnehmenden zu einem Lernplan die Möglichkeit geben, Text einzugeben, so müssen Sie diese Option aktivieren. Die Aktivierung dieser Aktion stellt eine Schaltfläche für einen Datei-Upload bereit. Diesen Vorgang müssen wir uns etwas genauer anschauen. Diese Option sorgt dafür, dass wir alle möglichen Fehlerquellen beim Hochladen von Dateien durch die Teilnehmenden ausschließen können. Anstatt den Speicherpfad angeben zu müssen, können Sie im Lernplan eine Schaltfläche bereitstellen, welche den Upload einer Datei in einen exakt vorgegebenen Ordner realisiert. Um diesen Speicherort der Upload-Schaltfläche zuordnen zu können, müssen Sie diese Checkbox aktivieren und den Vorgang hier speichern. Nach dem Speichern steht Ihnen hier die gewünschte Auswahl zur Verfügung. Achtung! Um einen Ordner für das Hochladen aus dieser Dropdown-Liste auswählen zu können, muss dieser bereits vorab erstellt worden sein. Die Auswahl des Ordners hier bestätigen. Die Aktivierung der letzten Funktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Elemente, welche sich mit der Wiki-Auszeichnungssprache realisieren lassen, in den Lernplan einzufügen. Dies können zum Beispiel Tabellen, Nummerierungen, Aufzählungen, Bilder und so weiter sein. Damit Sie Bilder im Lernplan anzeigen können, muss die Funktion Wiki aktiviert und das entsprechende Bild dort hochgeladen sein. Sind alle Informationen eingegeben und die gewünschten Funktionen ausgewählt, sollten Sie diese Eingaben umgehend speichern. Direkt nach dem Speichervorgang werden hier oben drei Reiter sichtbar. Dieser Reiter ermöglicht Ihnen eine Vorschau auf die Ansicht der Teilnehmenden. Hier können Sie prüfen, ob alle Eingaben und Funktionen wie gewünscht dargestellt werden und funktionsfähig sind. Über diesen Reiter gelangen Sie in die Übersicht der Zuweisung und Erledigung aller Teilnehmenden. Diese Übersicht wurde bereits im letzten Video zum Thema Lernplan erklärt. Ist die Erstellung abgeschlossen, müssen Sie den Lernplan zu dem von Ihnen gewünschten Termin über diesen Link freigeben.